halle hallöche meine freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge need for speed payback zu einer weiteren folge innerhalb dieser mission infiltration wir haben noch vier pakete fünf pakete nein eigentlich vier pakete das hier ist ja schon fertig abzuliefern einzuholen abzuscannen ich habe keine ahnung und ja mal schauen wie wir das hinkriegen zack das ist markiert wunderbar dann heizen wir mal los wie erwartet schauen ob wir es dieses mal besser hinkriegen wir haben dieses rustys rustway büros haben wir leider ausgelassen beziehungsweise jetzt machen wir gerade ein anderes ich hoffe dass das dann nicht wieder zu zeit problemen führt verdammt so ok das ging noch ok alles mist hab was ausgelöst shit vergiss die server wir müssen verschwinden ah ok cool oh äh ja äh wo ist der fluchtpunkt was wo wie geht's raus da geht's lang ok wir müssen auch nicht alle machen sehr schön da stehen sie schon die cops was hast du gemacht ich wurde verarscht ich hätte noch nicht sinnbar sein müssen tja wir sind gerade eindeutig aufgeflogen schnell dich an so wir fahren mal ein bisschen durch den gegenverkehr der aufbau dieser daten ist einfach unglaublich so was habe ich noch nie gesehen sie haben die daten marsch ist scheitwusterbremsreaktion sogar straßenbedingungen was zum teufel könnten die damit wollen oh den haben wir zerstört aber uns leider auch ok wir müssen den fluchtpunkt erreichen und zwar so schnell wie möglich das ist ganz schön schwierig wenn einem so penetrant die cops am hintern hängen aber wir müssen es schaffen wir sollten jetzt nicht mehr großartig so vollgas sonst schaffen wir die zeit nicht denn die war das letzte mal auch das problem wie ich mich erinnern konnte da hätte ich keine folgenpause machen sollen aber es war glaube ich schon sehr spät deswegen oder was heißt folgenpause keine aufnahmepause also pause der aufnahmesession denn dadurch mussten wir jetzt den ersten teil der mission auch nochmal machen den wir uns hätten sparen können da waren nagelketten und da auch oha ja ich versuche es uns hier raus zu bringen ist gar nicht so einfach denn die haben absolut das messer zwischen den zähnen oha dieser verrückte hund haut aber fährst du lang wir müssen anders lang verdammt die zeit die zeit sie rennt zentrale an nm16 wo sind sie gerade nochmal 25 sekunden dazugekriegt verstanden nm16 ok der hat sich selber kastriert wunderbar ja so macht's zielperson oha diese verrückten oha hau ab ok der ist erledigt der wollte mich gerade einkeilen hier so schnell weg zum nächsten zeitverlängerungspunkt man die sind so heftig drauf die cops das ist unfassbar und die strecke ist so übel ich hasse sie und da sind natürlich noch mehr ist ja klar drei stück das durch cheddar canyon nichts wie weg zeit wieder verlängert sehr schön bisher läuft es einigermaßen gut ja freund und helfer in dem fall bezahlt von haus die zahlen besser als der staat und das schafft sie auch mit erfolg den haben wir abgehängt den haben wir auch erfolgreich abgehängt so und vollgas vorbei an dem kerle oh man ich weiß welche strecke das ist das ist ah verdammt was mach ich denn da ich schwitze leute ich schwitze meine finger werden schon taub so eine speedkarte ich nehme die goldene mitte getriebe beschleunigung ja wunderbar so eine speedkarte ich nehme die goldene mitte getriebe beschleunigung ja wunderbar stufe 275 einbauen jetzt bin ich gespannt wie es hier weitergeht dann fahren wir eben noch schnell zum zielpunkt aber dann ist es vorbei ja 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 ich verlasse das missionsgebiet das wollen wir natürlich nicht so wunderbar oh da flackert alle reiten was oh ja klar echt überzeugend missionserfolg uiuiuiuiui vier stück noch vor uns wenn es gerade so gut läuft würde ich sagen machen wir doch hier weiter hey der job ist erledigt wir mussten allerdings abbrechen habe ich gehört ich melde mich wieder sobald der underground soldier etwas nützliches entdeckt mach das so und wir schauen mal da hüpft doch was hier hüpft doch was rum zipp backdoor haben wir hier da haben wir eine garage in der nähe da können wir auch schnell hinreisen schuppdiwupp und dann von der garage aus fahren wir dahin so brauche ich nicht mal markieren das kriege ich sogar gerade noch so hin der underground soldier will sich sofort mit dir treffen hoffensichtlich äh hoffen hoffensichtlich hoffentlich hat er etwas herausgefunden das du gegen navarro und das haus verwenden kannst wir drücken auf e jess bist du da underground soldier was ist los ich hab unsere daten genutzt um ein hauskasino zu verwandten die fireball war ein witz aber ich wurde entdeckt und muss fliehen hol mich hier ab verdammt halt durch ich bin unterwegs beeil dich na dann los na dann los sorry broker gibt ne planänderung was ist los der underground soldier hat's allein versucht und wurde erwischt ich hole ihn jetzt ab so schnell dahin wo bist du wo ich bin wo ich bin ich bin unterwegs um einen vollidioten den arsch zu retten schon gut schon gut schon gut aber ich hab das entdeckt das ist doch der hammer falls ich hier rauskomme sobald du da rauskommst soldier was hast du dir nur dabei gedacht naja wir sind ja schon auf dem schnellsten wege zu ihm ja da hoch wo ist er denn ah da läuft er ganz gemütlich ja ja nur nur keine elektrik bring uns hier weg naja jetzt schreit er und da läuft er ganz gemütlich hin so ja ja la 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 komm lass mich gas geben wir werden bestimmt nicht lange alleine fahren wir werden bestimmt gleich eine kolonne bilden ja da kommen sie auch schon meine mitstreiter oh das ist aber keine polizei das ist das haus was zum teufel sollte das soldier ich hab ne backdoor zu ihrem sicheren server angerichtet ich muss ins hauptklatieren und sie aktivieren bevor sie sie schließen wir sind weg da zahle ich dir heim man war das einfach das war ziemlich freaky was so nehmen wir an ich hätte dich vorhin nicht ganz verstanden ihre geheimen infos sind in einem verschlossenen haus ich hab ohne ihr wissen eine hintertür eingebaut oh den hat's zerlegt das wird nie langweilig soldier du musst in zukunft echt vorsichtiger sein sagt ausgerechnet die Flugbahnfahrerin dein job ist Dagger zu vermeiden mein job ist dich wieder raus zu holen und tschüss ich hab ihn wohlbehalten abgeholt äh die cops haben uns komplett umzingelt sei doch still charlie ich weiß nicht wie du denken konntest das wäre eine pflichte wir haben einen rektor zu ihrem system und nennen mich bitte nicht charlie oh das ist ja mal in dritter schade ein zivilistenname verschifft lock und sie gab mir einen namen und ein ziel ich hab sie noch nie so verlegen erlebt ihr muss viel an dir liegen ja wir kennen uns schon ziemlich lang oder ist da eine liebe lei am laufen naja naja ich denke mal wir werden es noch rausfinden den verfolger haben wir abgeschüttelt wunderbar dann nix wie hin zum fluchtpunkt ich bin ein bisschen arg nah am mikro vielleicht ja nicht so die ohren voll schreien oh 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 es sieht aus als hättet ihr freie Fahrt und Schiff noch warten du verfolgst uns live? das kannst du? ich würde lieber nicht näher nachfragen was sie kann und was nicht bei dir klinge ich so geheimnisvoll charlie ich sag benenn mich nicht sie kann so schwierig sein ja ja sie guckt den anderen beim duschen zu alle sind verweinst wer auch immer diese autos besitzt wusste was in sie eingebaut wurde wer besitzt diese autos dieser goldene lambo den wir dem haus geklaut haben check mal bitte ob er in der datenbacke ist gute idee ich sehe nach oh ja ja da ist er darin sind viele spezielle chidori teile verbaut ein glück dass wir damit nicht rumgefahren sind ich hasse die vorstellung das haus könnte die ganze zeit daten von uns empfangen haben haben wir den? ja den haben wir abgeliefert ich glaube ja gut bis auf die äh auslieferungstour sind wir ja mit dem ding sehr wenig gefahren oh ja das war das mit dem blinkenden teil unten dran die bombe oder was auch immer beziehungsweise der pellsender oder war es eine bombe? ich weiß schon gar nicht mehr ist schon so lange her so mal ein bisschen gas geben hier ich sollte vielleicht nicht im dreck den den nitro zünden das nitro den nitro ich hab keine ahnung so wunderbar Zeit nochmal verlängert wo wohin denn? naja easy Event abgeschlossen also die beträge die sind ja echt lächerlich Stufe 38 eine Speedkarte goldene mitte Stufe 278 na dann Danke nochmal Jazz Backdoor Missionserfolg da haben wir die Hälfte geschafft eine neue Basislieferung der Underground Soldier war wohl rechtzeitig zurück wir sind drin ihr zwei habt's geschafft wir alle tun was wir können Apropos Charlie braucht bei seinem nächsten Hacking Job wieder deine Hilfe naja Hacking ist eigentlich nicht mein Ding und trotzdem muss es sein ich schick dir die Position aber zuerst meine Freunde holen wir uns unsere Basislieferung Luftfederung brauchen wir nicht eintauschen Teile tocken 5 nehme ich und 15.000 Geld nehmen wir auch so wie sieht's aus zeige mir nein das war rein wo ist raus dahin müssen wir nein dahin müssen wir Stufe 340 vielleicht gehen wir zuerst mal da hin hm ja mal hin schnell reisen also die schnell reisen die sind schon wichtig denn wir fahren ja genug ich hoffe das stört euch nicht 288 per hauen wir rein wie viel Kohle haben wir denn da muss ich ein bisschen drauf achten 293 hauen wir rein 299 hauen wir natürlich rein hauen wir natürlich rein und sonst kommen wir nicht mehr höher na na wobei wir könnten hier ohne Ding zu verlieren das kostet der Spaß 21 so aber weiter kommen wir glaube ich nicht mehr doch hier kommen wir noch aber können wir uns das leisten ja können wir so 500 haben wir noch auf der hohen Kante jetzt können wir hier mal durchchecken ob wir auch von allem das beste haben next da gehen wir runter mit der stufe gehen wir runter mit der stufe gehen wir runter mit der stufe ändert sich nichts können wir reinhauen und hier gehen wir runter mit der stufe ok gut dann gehen wir mal auf die Rolls da haben wir ja sieben stück verfügbar gehen wir mal steuergerät sprung stufe 299 das ändert nichts dran ich will über stufe 300 raus kommen los auspuff immer noch stufe 299 aktuell 12 und das ist auspuff 12 jetzt geschwindigkeit wird ein bisschen mehr ich mach mal verkaufen für 8000 so wir sind noch nicht bei stufe 300 nicht mehr annähernd also doch eigentlich schon ziemlich nah mit 299 aber besser wären 340 oder mehr kuriermission toter briefkasten dann würde ich sagen fahren wir hin nein fahren wir hier gehen wir hier zur tankstelle so machen wir das zur tankstelle nochmal strecken uiuiui so nichts wie hin zu toter briefkasten weg da weg da was ist denn da los so jetzt habe ich mir mein Licht auch noch kaputt gemacht achso das ist es gar nicht das war eine Radaufwindel äh Radaufwindel so hier ja hier haben wir toter briefkasten ich park mal hier regulär auf einem streifen bumm so und dann würde ich sagen wir sehen uns wieder in der nächsten folge wenn es wieder heißt time to play hier bei need for speed payback und wir machen hier eine kleine folgenpause und holen uns den toten briefkasten das nächste mal bis dahin meine freunde schaltet wieder ein machts gut ciao